Christoph, schauen wir nochmal auf den aktuellen Kriegsverlauf, besonders in der besetzten Region Kursk. Was passiert denn da gerade? Also wir haben da jetzt ein interessantes Phänomen. Das erste Mal seit Anfang August, damals am 5.6. sind die Ukrainer eingedrungen in das russische Kernland. Und da gibt es sozusagen aus russischer Sicht fast schon euphorische Nachrichten von diversen Kriegsbloggern, wie zum Beispiel dem Portal 2 Majore, auch von Ribar oder auch, wie so häufig, von Yuri Padalaka, pro russischer, ukrainischer Blogger. Und da heißt es, dass die Russen jetzt stellenweise zur Gegenoffensive übergegangen seien in der Provinz Kursk, gerade in dem Bereich Korin, aber das Ganze liegt so circa 30 Kilometer im Inneren der russischen Föderation. Also man muss sich vorstellen, dass es die Ukrainer geschafft haben, bis in eine Tiefe von circa 27 Kilometer vorzudringen an dieser Stelle. Und da gibt es jetzt die ersten Gegenoffensiven der Russen. Da gibt es wohl auch schon einige kleinere Erfolge. Was aber nicht heißt, dass die Ukrainer jetzt hier alles liegen, stehen lassen und sich da zurückziehen, sondern an anderen Orten in der Provinz Kursk, in der Nähe von Suchat zum Beispiel, greifen die Ukrainer auch noch an. Aber die Lage sehen die russischen Kriegsblogger eben bei weitem nicht mehr so pessimistisch wie noch vor einigen Wochen. Christoph, danke für deine ganz aktuelle Einschätzung. Vielen Dank.